ja hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft und auf geht's nehme ich mit ingame sound auf muss schnell gucken ja müsste man hoffentlich hören okay wieso wird dieses verkackte archivment schon wieder angezeigt doch egal auf geht's ja so verkackte dirt weg so ducken verkackte dorthin und treppchen nerf nicht du inventory achievement dings ach ich muss das rennen kleine stellen auch wenn der weizen dahinten da nicht wachsen sollte was ich nicht weiß weil sonst zu sehr leckt so schlecht aus mit dem dach vielleicht kriegen wir das endlich in paar folgen ab hier frühstückt ich meine wir sitzen bestimmt 10 15 folgen allein daran material fürs fürs dach zu sammeln oder das dach zu bauen so eins von beiden haben wir fast immer gemacht da waren wir kurz in dieser verkackten höhle dann haben wir wieder material für haus gesammelt viel mehr als material für dieses haus gammeln haben wir hier die ganze zeit über nicht gemacht es kann wirklich sein dass es jetzt extrem langweilig geworden ist nirgendwo kann ich dann auch nicht ändern das ist eben halt nur mein kürft materialien sammeln ausbauen aber wenn das wirklich extrem lange dauern sollte jetzt also dass wir da bis folge 40 oder so dransitzen dann über überlegen überlege ich mir ernsthaft entweder das dach sein zu lassen oder irgendwie zu cheaten wahrscheinlich werde ich das mit dem dach dann einfach sein lassen anstatt zu cheaten hallo wieso kann ich jetzt ah doch ach ja das geht nur mit spitzhacke ach ja ich hab schon wieder vergessen mir den wecker zu stellen zwei minuten irgendwas aufnahme so verkackte dorthin treppe drauf ecke so es und ich also ich auch ich auch ich ich wir haben keine ecken mehr aber doch ich dachte schon stufen haben wir anscheinend auch noch so tun wir mal ein paar da unten hin statt stone hole tun wir das steak dahin statt da tun wir dahin so perfekt ecke stufe stufe nein das geht irgendwie schneller als mit der eisenachst habe ich so das gefühl ich weiß aber auch nicht warum warum das mit der axt nicht schneller geht als per handverkloppung so wenn ich da jetzt le stufe baue müsste ich drunter kommen ja perfekt 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 gut 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 wenn ich da le stufe baue komme ich immer noch drunter gut muss da später einfach zu bauen mit stufen ja und ich nehme jetzt wieder mit der 1.8.1 auf weil ich wollte mir zwischenzeitlich die 1.9 pre-release 4 geholt haben habe ich aber dann anscheinend vergessen die das nach die minecraft jazz zu tauschen ich dachte eigentlich das hätte ich gemacht habe ich aber anscheinend vergessen naja auch egal so ja dann arbeiten wir jetzt bestimmt so 15 15 16 folgen so nur am haus oder nur an rohstoffe gammeln ich habe ehrlich gesagt gar keinen plan was wir machen wenn wir mit diesem haus hier fertig sind entweder gehen wir direkt in den neta bauen uns da irgendwie so ein cobblestone festung äh wo wir nicht mehr mehr so viel cobblestone haben äh bauen uns irgendein cobblestone festung und dann pff pff was wir dann machen bin ich echt überfragt in der 1.9 pre-release 4 gibt es hier auch sie end da würde ich auch mal gern hin also es ist eine neue parallelwelt da sollen lauter endermen rumlaufen und komisch obsadiantürme rumstehen da würde ich auch mal gerne hin aber für sie end müssen wir wahrscheinlich cheaten weil dafür braucht man ender augen und endermen jagen ist gar keine gute idee ich fürchte da würde ich verrecken oder sollen wir endermen jagen wenn wir genug bogen und pfeil haben müsste das eigentlich gehen oder ich mach das einfach mal offscreen da seht ihr ja nicht wie sehr ich das feile soll ich das mal offscreen machen oder soll ich das auch dann mit rein nehmen aber ender augen werden wir dann ja auch viele brauchen denke ich mal wird das auch wieder eine ganze zeit dauern soll ich das mal offscreen machen oder soll ich einfach cheaten ich mein habe ich nicht so und hopp verdammt ich hab hier nicht mehr diesen t2many items mod drinnen wird keine ahnung ob das gewachsen ist ich hoffe schon dort wird zu ist doch ist doch holo ich will schlafen schlafen nein das will ich nicht go 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 aber ah ah DANKE tu'many items hab ich glaube ich rausgenommen weil ich den eh nicht gebraucht habe vielleicht tu ich den für sie end mal wieder rein da werden wir aber nur cheaten um in sie end zu kommen sobald wir in sie end sind werde ich dann wieder den TMI rausnehmen, aber ich weiß nicht, ob ich cheaten soll oder ob ich eben halt Offscreen Enderman jagen soll, keine Ahnung, da habe ich überfragt, das könnt ihr entscheiden, soll ich mal ganz fies cheaten und dann einfach mit Hilfe der Enderaugen in The End gehen oder soll ich mal einfach Offscreen 10.000 Enderman erledigen und selbst 10.000 Mal erledigt werden, wo wir unser ganzes Zeug wahrscheinlich verlieren werden, aber es ist mir auch egal, ja, das müsst ihr entscheiden, soll ich das Offscreen machen, auf die Gefahr hin, dass wir bei der nächsten Aufnahme dann wirklich gar kein Zeug mehr haben oder soll ich da einfach mal fies cheaten, ja, du entscheidest, genau du, der dieses scheiß Micro-Video anguckt, was da irgendein Typ aufgenommen hat, ja, so sieht's aus. so, Klamiermusik hat aufgehört nein, so, ah, nein, nicht runterfallen, nein, was ist los? ah, was ist jetzt los, Bombenangriff oder was? oh, nein, muss mich verschanzeln, ah, aber nicht darunter springen, so, nachher muss ich auch diese ganze Dirt da wegmachen, ah, verdammt, äh, muss ich das Ganze jetzt hier geduckt bauen oder was? nein, ja, ich hab echt keinen Bock, das Ganze hier im Duck-Modus zu bauen, ah ja, ich hatte ja schon mal gefragt, apropos ducken, äh, Supreme Commander 2 ist so ein Let's Play gewünscht, das würde ich ja auch mal gerne machen, also hätte ich persönlich auch eine Menge Spaß dran, elf Minuten irgendwas Aufnahme, ist ein Let's Play von Supreme Commander 2 gewünscht, soll ich das mal machen? ich weiß ja nicht, ob sich überhaupt jemand für Supreme Commander interessiert oder wie das ist, äh, keine Ahnung, könnt ihr ja mal ruhig in die Comments schreiben und dann eben halt, wenn es eben halt Comments gibt, ja, Supreme Commander ist gewünscht, würde ich das eben halt mal machen, wenn da eben halt Comments kommen, nö, Supreme Commander ist so voll der Scheiß, dann werde ich das eben sein lassen, wenn das eh keinen interessiert, ich weiß ja nicht mehr mehr, ob sich wer überhaupt meine Minecraft-Videos anguckt, brrrr, ganz ehrlich, interessiert euch eigentlich Minecraft, zwölf Minuten irgendwas Aufnahme, soll ich, oder soll ich vielleicht irgendwie so Duke Nukem, Let's Playen oder sowas, ich weiß ja nicht, ob jetzt so mega viele für Minecraft interessieren, ich meine, das Let's Play werde ich weitermachen, ich werde das, denke ich mal, machen, bis wir 100, 200 Folgen oder so haben, da werde ich erstmal aufhören, nein, was ist jetzt los? Ach, man kann jetzt mit Treppen auch so eine Ecke, sieht das aus, das anstatt die Ecke da zu machen, kann man das hier so, wenn ich das hier so mache, sieht das dann scheiße aus, hm, muss nachdenken oder wird das gut kommen, ne, 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 das sieht jetzt scheiße aus, das lasse ich mal sein, ich werde Minecraft-Let's Play, auch wenn es niemanden interessiert, aber macht ja nix, ich hab Spaß dran und solange ich Spaß dran hab, Let's Play ich das eben, vielleicht guckt ihr euch das eben an, vielleicht auch nicht, so 13 Minuten Aufnahme, ja, dann, tschüss, bis nächstes Mal und bitte in die Comments schreiben, ist Supreme Commander 2 gewünscht, äh, oder Duke Nukem hab ich auch noch im Angebot, das könnte ich auch mal Let's Play, aber nur eins von beiden erstmal, und was hab ich noch, ah ja, Command & Conquer 3, Cancel, Rache und Tiberium Wars, wer da ein Let's Play gewünscht, boop, ja, und dann, tschüss, bis nächstes Mal.